Eins, zwei, drei. Wenigstens sind wir uns einig. Ja. Okay. Schwierig. Eins, zwei, drei. Ich habe gedacht, das bist du. Ich glaube beide. Ja, ich glaube wir sind uns nicht mehr einig. Aber das habe ich jetzt nur daraus geschlossen, weil ich immer schon da du's habe. Obwohl Piercing ist wenn eher deins mit den Wohren. Ja stimmt. Also eigentlich wäre es doch... Nein, also ganz weit weg. Oder mich auch. Stimmt ja gar nicht. Doch. Nein. Doch. Ich finde nicht. Also in der Kabine brauchst du immer länger. Ja, aber das ist nicht das Badezimmer. Überleg mal in der Früh. Ja okay. Passt. Eins, zwei, drei. Ganz gleich. Ist okay. Ist okay, ja. Aber die Lena benutzt sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Aber nur Sportschuhe. Ja, hauptsächlich Sportschuhe. Du oder? Ja. Ja. Puff. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube beide nicht, aber... Ja, aber... Ich glaube, die würde es besser stehen. Ich glaube, ich habe einen so Eifel mit dem Kopf. Ich glaube... Uff. Uff. Pssssss. Also weder noch, glaube ich. Weder noch, aber... Ich habe zumindest Schwester und Bruder, also du hast mir Auswahl. Ja eben. Also ich habe zwei Brüder. Hast du vergessen? Ah ja. Ich habe aber zu jung. Ja. Zu jung. Naja, in zehn Jahren vielleicht. Ja. Der Arme. Ich würde sagen, dann machen wir Schnickschnack-Schnuck wie bei allem. Auf drei Gewonnene und fertig.